«Mut von Jesus» erzählen, das haben wir letzte Woche gehabt. Wir hoffen natürlich, dass wir da ganz tolle Erfahrungen auch gemacht haben. Und wir wollen in ein weiteres Kapitel hinzugehen. Und bei uns wieder Mario Mossima. Guten Morgen. Guten Morgen miteinander. Was haben wir heute? Leidenschaft. Also Passion oder Leidenschaft. Leidenschaftlich leben. Ich bin so ein Fan von Gottes Stimme. Ich höre und immer besser lerne, verstehen. Und Gott redet ja um ganz verschiedene Arten zu uns. Und letztens habe ich einen Film geschaut mit meiner Frau, mit dem Brad Pitt. «The Legions of the Fall». Ich weiss nicht, ob Sie den Film schon mal gesehen haben oder nicht. Aber ja, es ist einfach so ein Western natürlich. Nicht Wahnsinniges. Aber einfach ab gewissen Impulse, Bücher, Filme oder so, plötzlich bleibt etwas hängen. Und dann frage ich den lieben Gott, hast du da etwas, das du mir sagen willst? Und dann, durch den Film, habe ich plötzlich ganz stark gespürt, dass Gott mir sagt, ich bin ein leidenschaftlicher Gott und ich möchte, dass ihr leidenschaftlich lebt. Dass ihr Menschen, dass ihr lebt. Nicht einfach nur so halb, sondern voll lebt. Und wenn du in einem Gespräch bist, dann hast du ein Gespräch und neben dir auch nicht nur das iPhone, sondern du redest voll mit dieser Person. Und nicht halb. Und dann bin ich mit dem so im Kopf in eine Kirche gegangen. Ich arbeite jetzt hier bei einem Hilfswerk, wo wir in der Kirche einen Besuch machen und erzählen, wie es den verfolgten Christen geht und so weiter. Und dann bin ich in die Kirche gegangen und dann am Anfang in der Kirche haben sie Lieder gesungen. Und das waren ganz schöne Lieder, alles, Text, Musik hat super getönt, aber das war nur so halb gesungen. Es ist einfach so, man hat es einfach gesungen, wie man singt, aber nicht gesungen. Also richtig das Herz innen und einfach leidenschaftlich. Und dann habe ich jetzt, letztens habe ich dann mit einem zusammen Lieder gesungen, wo siebenmal im Gefängnis war im Südsudan, ganz schlimm gefoltert worden ist und so weiter. Und ich habe mit dem zusammen gesungen. Und ich habe einen Hühnerhut gehabt. Ich habe voll gesungen. Und ich habe dann auch plötzlich angefangen, voll zu singen. Ich habe gemerkt, wenn ich singe, dann will ich singen. Und wenn ich arbeite, dann will ich arbeiten. Und wenn ich Wein degustieren, dann will ich Wein degustieren. Und dass wir Sachen voll machen und Gott möchte, dass wir im Überfluss leben, in Johannes 10, oder es heisst auch im 5. Mose 30, 19, ihr solltet das Leben erwählen. Oder wenn man an die beiden Söhne denkt, vom verlorenen Sohn. Gut, er hat das falsche gewählte Jüngere. Aber er ist nachher zurückgekommen. Aber der lebt. Und der Ander, der mit dem Bickel am Ackern ist, der hat nur halb gelebt. Ich sage nicht, dass man Sünde leben sollte, aber einfach, dass man lebt. Gott möchte, dass wir heiss sind oder kalt sind. Aber Offenbarung 3,15. Sie sind heiss und nicht kalt. Oder nicht lauwarm. Wenn man lauwarm ist, dann kotzt oder spuckt uns Jesus aus dem Mund raus. Und Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Das heisst im Römer 12,11. Im Eifer lasst nicht nach. Seit brennend im Geist dient dem Herrn. Also wir sollen leidenschaftlich leben und nicht nach Regeln leben. Es ist wichtiger, dass wir leben, als dass wir irgendwelche Regeln einhalten. Regeln sind schon gut. Aber ich merke einfach, wenn ich bete, dann will ich beten. Wenn ich singe, dann singe ich. Wenn ich Bibel lese und studiere, dann studiere ich Bibel. Oder auch Sex. Leidenschaftlich. Sonst lässt du es gescheit sein. Oder Essen. Dass man das Essen zelebriert. Nicht nur einfach sich ernährt. Gut, manchmal muss man es schnell machen. Aber dass wir das Leben... Weil das geschenkt uns Gott ja. Und das war meine Message von Gott an mich. Und ich gebe das euch einfach weiter. Seid leidenschaftlich. Es bringt sonst nichts. Dann lasst es gescheit sein. Und Gott hat Freude, weil er hat uns ja gemacht für diese Sachen. Und genau. Ich wünsche euch eine leidenschaftliche Woche. Die nehmen wir mit. Danke viel, Mario. Und ja, leidenschaftlich wird es auch nächste Woche weitergehen. Was haben wir als Thema parat? Wenn es einen Gott gibt, dann kann er uns einfach sorgen und helfen. Gott hilft wirklich.